Man muss aber schon sagen, die wirkte in der Dusche noch sehr fit dafür, dass hier so verdammt viel Blut ist. Aber ich meine, so ein weißes Bettlaken, das kann schon mal täuschen, oder? Na, es ist, glaube ich, schon verdammt viel Blut. Aha, Zigaretten klauen wir vom Tatort, würde ich sagen. Die braucht sie nicht mehr. Ich meine, sie ist nicht am Rauchen gestorben. Insofern, habt ihr gewusst, dass Raucher statistisch gesehen länger leben als Nichtraucher? Das ist wirklich so, das ist kein Scherz. Raucher leben länger als Nichtraucher. Und der Trick dabei ist, um die Aussage treffen zu können, und sie stimmt wirklich, dass in der Regel Kinder nicht rauchen. Deswegen sind die in der Statistik alle Nichtraucher. Also wird Kindersterblichkeit zu 100% Nichtrauchern angerechnet. Deswegen leben Raucher länger. Im Durchschnitt. Becky. Becky ist jetzt wieder ein Gegenbeispiel. Die hat offensichtlich geraucht und ist jetzt jung gestorben. Na schön. Ich sehe... Oh, hier hat ja jemand mit der Axt die Tür zerdeppert. Das sehe ich jetzt erst. Was mache ich denn jetzt? Habe ich irgendwas übersehen noch? Hier kann ich noch was machen. Nochmal öffnen. Haben wir doch schon die Zigaretten geklaut. Was wollen wir denn noch? Habe ich was übersehen? Muss ich was machen? Ein Foto von Becky und einer anderen Person, die wie aus Wut unkenntlich gemacht wurde. Dam, dam, dam. Wo denn bitte? Welches denn? Wieder irgendeinen kleinen Bodybuilder? Eine Rose? Ich sehe da viel, aber kein Bild von Becky und jemandem. Das sind Landschaftsbilder und Blumen. Die Zombie-Attacke ist noch ein bisschen in seinen Knochen anscheinend. Entfernen. Aha. 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 Ein Safe. Und dafür ist der Schlüssel. Alles klar. Vielen Dank. My dear sister, I'm so, so sorry. I was a fool to fall for a man like him. I don't have the words to apologize to Anna. Anna. Anna was holding on to that precious locket of his. He couldn't remove it from her hand, even though she was dead. But she let go of it for me, though. It was like she gave it to me. Anna's killer down with it. I want you to see it. I know even he wouldn't dare to harm you. He'll catch me, though, if I go into town. I'm trapped in my house. So I've asked Isaac and Isaiah to deliver it. But they totally believe that Anna became a goddess. I believe so, too. She looked so beautiful. She had a smile back at any moment. I have something else to confess to you. I borrowed a pair of your shoes without asking and broke the heel on one of them. I'll send them along with the locket. I'm sure the shoe can be fixed. So Becky is Miss Stiletto Heal. And she gave the locket to the twins. Must be the special secret Willie told us about, Zach. We'd better go and see your first thing tomorrow. Emily, who might this sister be that Becky was referring to here? That would be Diane. Didn't you know, Diane and Becky were sisters? You should have known, Zach. We're all in Amber. Das stimmt, Mr. Hawkeye. Haare, Glitzchen schon mal. Wie im echten Leben. Talmatina! Talmatina! Wenn man niedliches Tier sieht, muss man immer ganz laut den Namen des Tieres rufen. Das ist ganz wichtig. Talmatina! Das zweite Opfer beendet. Und ich finde immer noch, dass der Titel von dem Kapitel ein ganz schöner Spoiler ist. Auch super, dass er am Tatort ins Klo kotzt. Wenn er so zart beseitet ist, soll er doch vielleicht gar nicht erst reingehen. Weil, na, ich meine, das ist immer noch ein Tatort. Da kotzt man nicht einfach so in irgendwelche Klos und klau doch keine Zigaretten. Die besten Polizisten ever in diesem Spiel. Wir haben erbrochen, es sind in der Toilette gefunden, aber es gehört weder dem Opfer noch dem Täter. Moment, woher wissen die, dass es nicht dem Täter gehört? Ich bin Kacen, Forrest Kacen. Thomas, hast du hier gesehen? Ich habe nicht gehört. Wenn ich hierher war, er war schon so. Was hast du gemacht? Geh weg! Ich mache es! George, zurück. Sie ist versucht, zu sprechen. Nein! Es ist nicht! Nick! Oh, nein! Du hast uns gut, Zack. Oh, ich kann es nicht glauben, Mann. Das ist schwer. Ich auch nicht. Nö, nicht wirklich. Wann hat Becky zu arbeiten stoppt? Ich glaube, es war aus dem Tag, Anna zu töten, Mann. Ja, ja, das ist richtig. Sie war total depressed über etwas. Quint hat uns gefragt, dass sie nicht für Arbeit gekommen sind. Sie haben total in shock, die poor thing. So you took the twins along to cheer her up. Das ist richtig, Mann. Wenn ich nur es wäre, würde ich mehr Zeit sprechen zu haben. Du hast mir über ein speziell secret zwischen den Kindern und Becky. Ja, natürlich. Was über es? Es scheint Becky zu haben, sie zu verabschieden. Any idea was das? Nein, wir haben keine Hunde. Das ist es. Leider. Ich würde es nicht sagen, dass sie in personen. Zu viele Katzen sind. Sie sind eigentlich mit Mr. Kacen. Sie haben gesagt, dass sie in den Gemeinschaftszentrum heute gehen. Es gibt viel Platz, um dort zu fahren. Kacen? Do you know him well? Oh yeah, he's a good guy He always brings us gifts from his road trips The kids love him So we let him take them out every once in a while You know, for a little quality time with the missus Okay, I understand But the situation calls for urgency I'll go and look for them myself And if they come home without running into me Could you let us know? Sure, of course I'll contact the department Isaac and Isaiah are not here They are apparently with Caeson Let's go and look for them With Caeson? Sounds like a long story Any ideas where I started looking? Lily told me where they went No problem Na dann Wir haben bis 19 Uhr Zeit Wie spät ist es jetzt? Wenn wir uns beeilen könnten, wir vorher noch schnell was essen Hm Dieses Grinsen ist so creepy Warum ist schon wieder First Person? Niemand fährt in der First Person Niemand Lügen So Fahren wir mal die beiden Kinder holen Mit Turbo Jetzt wo ich rausgefunden habe, dass das der Turbo-Knopf ist Boah, die Fahrphysik ist echt schwer, finde ich Echt Echt schwer zu steuern Aber es geht schon Ich muss mal auf die Karte gucken Ich hab keine Ahnung, wie wir fahren müssen Der Hund heißt Luke Wie Star Wars Luke Also meine Mom hat meine Schwester eingeredet, dass er nach dem Gilmore Girls Luke benannt ist Aber wir wissen alle, dass es der Star Wars Luke ist in Wirklichkeit Hauptstraße entlang Über die Brücke Und dann rechts bei der Stadt Ja, das finden wir schon Über die Brücke Ist wichtig Die January Road Oh, Moment, ich hab die Steuerung vergessen Ah, los geht's Okay I can't believe two people have been murdered in our town And now two young children are at the center of it all I just can't come to grips with it yet Crime will happen wherever there are people And that's why we have our jobs Might be easier for you because you don't live here These were people that I knew that were killed And the murderer might be someone who lives here in this town It's really depressing I know But someone has to bring this murder to justice You're right, I know But Oh, Agent York Sometimes I just think I'm not really cut out to be a cop Not true, Emily You have the potential to be a superb law enforcer You can be emotional at times But you also possess what's most important I do? What do you mean? What do you think? A sense of justice Justice? I must admit I'm surprised to hear such a How should I say this? Such an obvious answer I thought you'd say something else Obvious or not I joined the FBI in order to do what's right And that's what's important I understand But Still You seem I'm sorry I need some time to think Whatever do you want to think about? Justice I want to think about Justice Okay Zack She's quite the philosopher, isn't she? Then again Death makes everyone a philosopher I'm super casual Die weiterreden Während wir uns Überschlagen Ich finde es auch irgendwie schön Dass die Turbo-Leiste quasi Der Puls von unserem Protagonisten ist Der hält diese Geschwindigkeit Der hat nur meinen Fahrstil Nach einer gewissen Zeit Einfach nicht mehr aus Und dann müssen wir ein bisschen bremsen Damit er keinen Herzinfarkt kriegt Kann ich verstehen Die töten! Hier kommt die Polizei! Ich glaube wir müssen hinten rum, oder? Okay Puh Irgendwas stimmt hier nicht Irgendwas stimmt hier nicht Es ist einfach Sehr einfach Wenn er es richtig macht, dann geben wir ihm einen Tee Ein Kuchen, wenn er es richtig macht Ich sehe Ich bin sehr glücklich Mach's gut, Fichtnall Ciao! So Vielleicht ist es Zeit Unsere Anzug zu wechseln Der Glitch zu sehr Was ist das? Ich gebe dir die Box. Es war nicht so schwer. Wir haben es in der Art Gallery gegeben und gegeben es zu Dianne. Ist das alles, dass du Dianne gegeben hast? Um, wenn wir nachdem, um die Box zu Dianne kam, Dianne kam uns zurück. Sie handelt uns etwas. Es war klein und round. Sie sagten uns, dass wir es in unserer Pocken gehalten haben und gegeben es zu Dianne. Und dann hast du Carol mitgebracht? Ja. Ich habe das round aus meiner Pocken gehalten, und wir sahen es. Und dann hat sie mit uns gesprochen. Wir sagten, dass wir eine Errein für Becky waren. Sie sagten, dass sie es für uns gemacht hat. Aber wir sagten, dass sie nicht. Weil Becky uns gefragt hat, nicht sie. Wir promiseden Becky zu machen es selbst. So, Becky hat die Locken gehalten. Und jetzt Carol hat es. Right, Kacin? Huh? You were in the room when Carol took the locket back from Dianne. I saw you with Dianne in the art gallery that day. Well, yeah, I was there in the room, but I was only chatting with Dianne. Oh, then Carol burst in, all angry looking. While Carol and Dianne had their talk, I just sat there like a frog. Yeah, so Carol took the locket from Dianne, but that has nothing to do with me, right? Uh, yes, I believe so. But from this instant, you are now a key witness in this case. I'm afraid you can't leave town until you hear from me. What? Can you do that? This is all starting to sound a little like Alice in Wonderland. Which makes you Humpty Dumpty. Huh? Isaac and Isaiah. Thank you. I think I'll be able to keep my promise with Becky thanks to you too. How is Becky? Is she getting better? She'll come and help out at our store again, won't she? She'll come and play with us again, won't she? Im Juli-Cop, das glaube ich. Ich weiß aber nicht genau, wann. That's right. Ähm, Becky is almost totally better now. But I don't think she'll be able to come and see you. I was told by Becky to keep this a secret. But she's actually a goddess of the forest. Just like Anna. I think she's gonna be in the forest with Anna for a while. Cool. We'll keep this a secret them too. Wow. That's why Anna and Becky are such good friends. Okay, okay, Willy. You're happy too, aren't you? Zach, I hope Emily doesn't end up as a forest goddess too. Okay, Zach. Let's go over what we found out recently about the case. First, Diane, the owner of the art gallery. She was out drinking with Nick Cormack in a bar on the night Anna died. Nick confirmed this, and so she has an alibi. But then we have what Nick's wife Olivia told us. According to Olivia, Nick and Diane not only went to the bar, but also went somewhere else that night. Do you remember where that was, Zach? In the art gallery, right? I don't know. 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 That's right. Yeah. The art gallery. Before entering the gallery, Diane looked back towards Olivia. Almost as though she saw Olivia in the dark. Nick's behavior has also become more suspicious by the day. If Olivia is correct, then he is heavily involved in this case. But we have no conclusive evidence of that at the moment. The only thing we can say for sure is that Nick's whereabouts are unknown at the time of Becky's murder. He has no alibi for the crime. But that fact alone means nothing. So who was it that called Thomas to report trouble at Becky's place? Um... Ich hab keine Ahnung. No, you're wrong, Zach. Now, who was it that contacted Thomas at the sheriff's office? Is this not... Is this not Thomas' sister, Carol? No, you're wrong, Zach. Now, who was it that contacted Thomas at the sheriff's office? Offensichtlich war's wohl dann... Quinter. Ich kann mich an den nicht mal mehr erinnern. Ich glaub, den haben wir einmal kurz gesehen im Gemeindezentrum. That's right. It was Quint. Becky's boyfriend. Ah. He went to her house and saw the tragedy. Becky's boyfriend, what is... Now, about Becky's murder. I'm embarrassed and mortified. Killer struck again while we were on the case. We found her bitten off tongue. A massive amount of red seeds that poured out with the blood. And an inverted peace symbol like the one seen at the site of Anna's murder. From the similarities, one can deduce that Anna's killer killed Becky. We found one other important piece of evidence in Becky's room. Can you remember what that was, Zach? Die Stöckelschuhe. Nee, warte mal. Die haben wir nicht gefunden. Wir haben eher wahrscheinlich das Notizbuch gefunden. Da stand was über die Stöckelschuhe. Die Stöckelschuhe. She had apparently written a letter to her sister, Diane. It revealed that Becky took a locket from Anna's body at the crime scene. She also admitted to borrowing a pair of Diane's stiletto heel shoes. So, Miss Stiletto Heels was Becky. There was something else at the end of the letter. It said that she handed the locket and stiletto heel shoes to someone. Do you remember who, Zach? Ich hab grad nicht aufgepasst. Ich war in Gedanken grad woanders. Ich weiß jetzt grad. Aber ich glaube es waren bestimmt die beiden. Ja. Das ist richtig, Zach. Worum ging's denn? Und aus dem was Isaac und Isaiah uns gesagt haben. Carol hat die Stöckelschuhe an Diane gefordert, aber die Stöckelschuhe anzusehen. Sie gaben sie an Diane selbst, wie sie es gefordert haben. Für einen Grund hat Carol das Locket. Sie endet up storming into the gallery to take it from Diane. And when Carol took the locket from Diane, Casey just happened to be there. Is Casey involved in this, or was he just there by coincidence? I wonder what's so special about the locket, too. Why did Carol want it so badly? The questions are mounting. Come to think of it, Quint, the first witness, has no alibi for Becky's death. We checked the phone records and his call definitely came from her house. Is it possible, he attacked Becky and then called us for the scene? But everyone is suspicious one way or another. What should we do next, Zach? Okay. Who's the most suspicious? Der Verdächtigste. Der Verdächtigste. Ich würde sagen, der Verdächtigste ist aktuell Nick. Von den dreien. Was? Findest du nicht? Er ist sicherlich suspicious, aber es ist jemand anderes im Zentrum. Na gut, dann ist es wahrscheinlich, wenn du meinst, dann ist es für Diane. That's right. Beckys Sister and Carol's enemy, linked to both Nick and Kaysen. The elegant owner of the Art Gallery. Zach, that's our next move. We'll start with Diane. Diane. So, you want to find out everything there is to know about Diane? That's right. There's just too many things that we don't know. First, we need more intel about the relationship between Nick and Diane. How? Nick and Diane meet every night at the bar. Let's use that. George, we'll need you to stake out the gallery. What do you mean? Wait in the parking lot of the Art Gallery and tail Diane when she leaves. If she goes anywhere other than the bar, you let me know. Emily, you take the diner. Wait for Nick and tail him to the bar, too. As with George, if he goes anywhere else, then you let me know. Okay. Thomas, you keep a watch on them inside the bar. Yes. Yes, I will. I'll be waiting in the parking lot of the bar. Once Nick and Diane are together, I will follow them wherever they go. What time do they usually show up, Thomas? Around the same time. Usually between 22 and 2300. Then at that time we do it, boys and girls. Boys and girls. Ach ja. Ich hoffe, ich kriege die Woche noch einen guten Rübenpreis bei Animal Crossing. Da musste ich gerade die ganze Zeit dran denken. Ich habe die Rüben nämlich dieses Mal relativ billig kaufen können. Aber bis jetzt war noch kein Preis dabei, wo ich sage, ja, jetzt habe ich sie raus. Und am Montagvormittag hätte ich 128 dafür bekommen. Hätte ich sie fast gekauft. Über 20 Gewinn pro Rübe. Aber ich habe mir gedacht, naja, ich warte mal. So früh, im Montagvormittag, die erste Möglichkeit, um Rüben zu verkaufen. Da kommt noch was. Aber seitdem ist der Rübenpreis echt im Keller. 310, das wäre ein guter Rübenpreis. Da würde ich sie sofort verkaufen. Tja, die Rübenbörse ist kein Zuckerschlecken. Ja. Zack, wir müssen uns bei Carols Bar in 2200 sein. Sieht so, dass wir ein bisschen Zeit haben, um zu töten. Wir können zum Diner gehen und sehen, wie Nick und Olivia sind. Okay, dann fahren wir zu Nick und Olivia, wenn er meint. Von mir aus. Der letzte Exklusivtitel, den ich mir gefohlt habe, war Fire Emblem. Ja, ich meine, im Grunde war es bei Nintendo-Konsolen doch schon immer so, dass man die hauptsächlich wegen den Spielen eigentlich kauft. Oder? Also mir ging es zumindest immer so. Äh, die Wii zum Beispiel hat zwar echt, was Bewegungssteuerung angeht, was letztendlich VR angeht. Und so viel vorangetrieben. Die Technik für Bewegungssteuerung wurde unglaublich billig und hat auch viel wissenschaftliche Bereiche gefördert. Und hat auch wirklich so neue Schichten angesprochen. Und, 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 und. Aber im Endeffekt haben wir es alle doch wegen Mario und Zelda gekauft, oder? So, Zack. Dieses Fall hat sich in ein Multiple Homicide verändert. Welche Art Motive hat sich in einen Kriminein zu einen Serialkiller verändert? Ist es heidonistisch? Ritualistisch? Kopiegerätkriebe? Sex-related? Cannibalistic? From the Bureau's statistics? These interesting ideas don't always really explain the real motive. They're just words. Phrases that the media uses to scare citizens. A spotlight falls on a mere 1% of all cases. Only the weird ones. You understand all this, right, Zack? No matter how bizarre a crime may appear to be, at the root, there is always rage and personal interest. Right, Zack? Most people simply don't kill for pleasure. But that kind of common sense never applies to our investigations. Maybe we're lucky. Or unlucky, depending on how you look at it. We end up working on those cases in that 1%. Do you remember, Zack? The first case we handled, just after becoming a special agent? Now let's talk about this another time. I don't feel like it right now. Na gut, okay. Ich bin ja wirklich gespannt. Der zweite Teil ist ja ziemlich sicher ein Prequel, so wie es aussieht von den Screenshots und Video-Fetzen, die man kennt, ja. Und ich bin gespannt, um was es geht. Weil der redet über so viele seiner alten Fälle im Spiel, dass da ein ganz schön breit gefächertes Repertoire an möglichen Auswahlmöglichkeiten vorhanden ist. Es ist ein ganz neuer, vielleicht. Vielleicht ist es ja auch gar kein Prequel. Zack, sieht aus, dass wir noch ein bisschen Zeit haben, um zu töten. Also, wir passen die Zeit anders. Schon, oder? Das hat er gesagt zumindest. Dann machen wir das mal. Achso, bei dir ist das nicht so. Okay, interessant. Weil, ich meine, ich habe für die Switch mittlerweile wahnsinnig viele Spiele, aber vor allem halt einfach fast alle Nintendo-Spiele. Weil da kann man im Grunde fast nichts falsch machen. Also, ich kann micheinig. Als ich... Wie viele Jahre war es das, was das, das... Multiple Homicide von Young Girls in einem college town in Illinois? All die victims waren offen von der throat zu der crotch. Ripped right öfter. During the autopsy, a second stomach was found inside the first victim's body. Of course, she didn't naturally grow a second stomach. One of the stomachs belonged to someone else. As more victims piled up, there was one with two hearts, one with two livers, four lungs. Different organs each time. Of course, those extra organs didn't do the girls much good. Right, Zack? And they say too much is never enough. In the end, we arrested a professor at the med school. They found the body of his daughter dead and the missing organs at his house. Remember what he said when we took him in? I was ordered to restore those deformed bodies back to normal. And remember who he said ordered him? An alien. Well, of course, we couldn't arrest an alien. So we arrested the professor instead. Serial killers can't be caught by logic and common sense. I learned this the hard way. That first case taught me that. Since then, these cases just keep getting more and more complicated. It's a tough job. I thought getting experience, while I was young, would make the job easier. I was young, would make the job easier for me to be in the carols bar at 2200. We're free until then. We're free until then. We're free until then. We're free until then. We're free until then.